Nach meiner langen Herbstpause bin ich wieder da! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich habe nach meiner kleinen Herbstpause, wo ich nur zwei Tutorials hochgeladen hatte und ein paar kleinere Videos und auch die Aktion angekündigt hatte, dann natürlich dann auch dieses schöne Event gemacht mit euch jetzt im neuen Jahr und werde jetzt auch wieder anfangen, ein bisschen mehr zu machen und morgen fangen wir an, yay! 15 Uhr, morgen am 24.01.2021 könnt ihr rumkommen und meinen Livestream verfolgen, yay! Was wir genau machen, das werdet ihr morgen sehen, um 15 Uhr! Also, kommt morgen, wer ihr seid nicht da! Tschüssi! Bis morgen!